Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Zusammen mit einer neuen Folge mit AceChris. Wir haben einen neuen Server aufgemacht. Ich habe zwar gerade eine Aufnahme gemacht, aber die ist gerade leider abgestützt. Und wir versuchen gerade die Nacht irgendwie zu überleben. AceChris chillt gerade in irgendeiner Höhle. Ja wirklich, ich chill wirklich. Ich chill hier auf irgendeinem random Kirschbaum und hoffe nicht zu sterben. In so einer Höhle. Keine Ahnung, was dann auf dich kommt. Mein einziges Goal heute. Also in der heutigen Episode versuchen wir mal Eisen zu finden. Und ich hätte gesagt, renn um dein Leben. Wir rennen mal um unser Leben. Ist das ein Schwein? Aber es ist ein Babyschwein, oder? Oh ne, Digga. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Bitte nicht, weil ich war der Junge. Ihr kennt mich. Mein Orientierungssinn ist so schlecht. Glaubt ihr ernsthaft, dass ich wieder den Baum finde, von dem ich vorher, auf dem ich vorher war? Ja, hab ihn, hab ihn. Oh scheiße. Nein, bitte nicht. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ah, Digga. Glaubt ihr ernsthaft, dass ich den Baum wieder finde? Ja, sicher. Warte, ich kann aber Map. Es bringt mir halt nichts, die Map im Moment. Aber, Creeper. Spinne. Alles Digga, es ist hier mehr. Na, zwei Creeper. Verpisst euch. Noch mehr Spinnen. Zombies. Auf Chilo-Vanillo. Soll ich Tag machen? Bitte einmal kurz. Weil ich bin so, ich habe sogar meine Sachen. Hm? Wie macht man das? Passt zu? Warte mal, ich mach das schnell. Wenn's geht. Ohlala, danke. Ist das Tag? Ja. Gott sei Dank. Das machen wir jetzt aber nur dieses eine Mal, weil wir gerade so schlecht ausgerüstet sind. So. Sonst machen wir alles. Ach. Warte mal, ich bräuchte halt Eisen dafür, aber es ist halt. Jetzt junge Farb, pisst euch. Danke. Warte, da war doch noch ein Schaf. So ne geile Hülle. Yo, Schafe bis zum Ende. Noch ein Creeper, noch ein Creeper. Schafe ohne Ende. Das heißt, Leute, wir können uns ein Bett machen. Und Skelette sind auch hier. Ja, aber wir sind 10.000 Schafe. Das heißt, unser erstes Problem ist mal für das erste gelöst. Wir versuchen natürlich ein Dorf zu finden. Das ist mein Ziel in der heutigen Episode. Eigentlich mal Eisen zu holen. Wir haben ja eh genug. Beziehungsweise wenn wir in einem Dorf sind, könnten wir den Eisengolem killen, aber ich mache mir das sicher nicht auf die Suche nach dem Dorf. Das ist ein tolles Ziel. Ähm, eigentlich ist das Ziel mal dann in der nächsten Episode Ace Criss wieder zu finden, weil ich glaube, wir werden uns, haben uns jetzt schon mal so verdermassen verloren. Nein, ich bin, ich bin neben diesen, neben diesen, diesen Bäumen. Alalalalalalalalalala. Ich versuche doch einfach nur Eisen zu finden, um mir ein Schild zu craften. Okay, ich habe schon Eisen. Ist das Lapis? Achso, nein, ich dachte gerade, es ist Lapis, ich habe aber auch geschrieben. Aber es ist ja auch ein Lifesteal-Server, also wenn du einmal stirbst, nicht bei den Mobs, wenn du einmal von einem Spieler gekillt wirst, dann kannst du eigentlich schlauern. Das musst du jetzt auch... Was nochmal nochmal tun? Wenn du von einem Spieler gekillt wirst, hast du nicht mehr 10 Leben, sondern dann hast du 9 Leben. Oh, Digga. Und wenn du einen killst, hast du dann 11, oder? 11, ja. Genau. Da war ja was. Aber man kann auf deinem Herzen craften. Craften? Ja, man kann craften. Wie? Einfach so, mit Diamantblöcken, Goldblöcken und Toten. Ah, eh so einfach, ja. Das wird später viel einfacher sein, glaub mir. Ja, ja, aber jetzt mal wird es schwierig. So. Also, Leute, wir sind hier relativ verloren. Wir schauen mal, Digga, die... Ach, du heilige... Oh, ist das eine Schlucht da unten? Ich bin schon ein bisschen stacked. Was? Ah! Hallo, ich grüß. Was? Hallo, ich grüß. Servus. Ähm, du warst nicht zufällig... Hast nicht zufällig etwas Eisen für mich, oder ein Eisen würde mir reichen. Ich brauche es nur für ein Schild. Wo bist du? Hier. Danke, ehre. So. Was ist das noch ein Fan-Schild? Oh mein Gott. Was ist? Braust du ein Eisen einfach nur Fan-Schild? Ja, es tritt, schuldig, oder? Ja, schon. So. So. Du hast aber jetzt gehört, gar nichts, oder? Was habe ich gerade gar nicht sehen? Nein, ich habe nur keine Eisen. Gar nichts. War mal. Hast du Essen? Hast du Essen? Ja, ich habe... Ja, habe ich. Was hast du denn so? Ich habe, ähm, so ein... Ein... Höh! Digga, du hast mir doch gerade mein Essen aus dem Ofen geklaut. Ich nicht. Du kleiner Hund, Digga. Ich hasse dich so sehr. Ah, ich hatte es nicht. Beef ist besser. Beef ist besser. Ich gebe dir Beef. Bitte. Du kriegst gleich Beef, Alter, mit mir. Bist du Veganer? Ich bin kein Veganer, nein. Ist gut so. Bist du Veganer? Nein. Besser ist... Besser so. So ein Server, instant Ragequid. Instant, ja. Nein, aber... Du musst jetzt wieder in die Höhle. Schau an, ich verstehe Veganer, von mir aus, ja. Aber, wenn sie dann so anfangen, wenn sie dir deine Meinung aufzwingen wollen, so auf Gott los, Wallah. Aggressionsprobleme. Aber vielleicht ist es halt auch so lecker, ne? Ja, lecker, aber, ähm, ich würde halt mal sagen, sie haben circa denselben IQ wie die tollen Klimaaktivisten, ja. Bist du auch hier untergesprungen? Ja, ja. Nein. Doch. Echt? Sicher, ich bin hinter dir. Bist du dumm? Ich bin hinter dir. Achso, hallo! Hallo. Ist auch eine dumme Idee. Wehe, du klaust mir Eisen. Was soll ich dir klauen? Eisen. Ich klaue dir keiner, aber warum, warum soll ich dir Eisen klauen? Keine Ahnung. Ist aber auch eine dumme Idee. Wo bist du eigentlich? Oh. Ist das Kupfer oder Eisen? Nein, das ist Eisen da. Lapis! Lapis! Was mache ich mit fucking Lapis? Wobei, mitnehmen kann man es immer. Ich meine, ich weiß schon, was ich mit Lapis mache, aber was mache ich jetzt mit Lapis? Danke, dass du mir Eisen gefunden hast. Let's go. Junge, bitte. Verpiss dich. Okay, ja, ja. Geh eh weg. Besser ist. Geh eh weg, Digga. Ich meine, PvP würde ich, wie wir in deiner Episode gesehen haben, locker gewinnen. Nein. Ich schätze mich. Gar kein Problem. Nein. Also das mache ich. Ich würde nie gewinnen. Ich bin auch nicht so. Das war gescriptet. Ich habe dich immer gewinnen lassen, ja? Ah, ja, ja, ja. Ihr hättet eigentlich die eigentlichen Aufnahmen sehen sollen. Ich habe ihn zerstört, Leute. Ich habe ihn zerstört. Als ich keine Rüstung getragen habe. Ja? Nein, das darfst du nicht. Ich habe dich ohne Rüstung getragen. Das darfst du nicht dazu erwähnen. Ich habe ihn auseinandergenommen. Ich habe ihn ganz... Oh mein Gott, ich stelle gleich. Hä, aber das wäre so geil, wenn man Mops auch die Herzen klauen könnte. Das wäre so praktisch. So, aber das war so 50 Herzen direkt am Anfang. Ja, das wäre auch ein bisschen overpowered, aber es wäre halt geil. Allah, verpisst euch. So. So. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Scheiße. Was ist? Oh mein Gott. Scheiße. Was ist? Ach, zwei Dinge, Scheiße. Was hast du für Probleme? Es wird so von einem Drowned angegriffen. Ah ja, chillig. Oh. Oh. Geh. Geh da hin. Was? Was? Ich, ich habe Krepe. Wo bist du? Soll ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ich würde dir gerne helfen. Leider kannst du mir nicht helfen. Ja, aber du lebst doch eh noch, oder? Ja, du hast den Eisenspezial gemacht. Mhm. Damit ich das Lapista abbauen kann. Aha. Ich gehe nach oben, ist für ein Versicherer. Ja, vielleicht, aber es ist hier unten halt, du hast halt mehr Ressourcen. Du bist halt hier am sicheren Weg. Du hast mehr Einbaumöglichkeiten als oben. Okay, das heißt, ich brauche eigentlich noch circa 20 Eisen. Dann kann ich mir machen, wenn ich eine volle Eisenrüstung. Alright. Was? Dann kannst du dir schon eine volle Eisenrüstung machen? 24 Eisen brauchst du für eine volle Eisenrüstung. Mathematik und so. Stabil. 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 Brauchst du halt 24 von jedem. Dann kannst du dir halt mit 24 Iron Eisenrüstung machen, nachdem ich... Mathematiker ist starker. Hm? Der Mathematiker ist starker. Sicher. Okay, ich mache mir erstmal so. Ich habe mir das eigentlich nur einmal für ein Video ausgerechnet und dann noch... Ich habe mir jetzt auch eine Einrüstung gemacht. Easy. Easy. Eigentlich auch Scheißhöhle mit den Dripstones. Aber ja, kann man nichts machen. Egal. Kann man nichts machen, wie der Dripstone sagt das. Ja, weil die Dripstones sehen halt die... Drei Viertel dieser Höhle ein. Ja, aber... Ja. Ah. Noch mehr Eisen. Perfekt. Lass mal schauen. Wo ist die Eisen? Wie viel Eisen hast du schon? Nicht so viel. So, wir finden jetzt eigentlich noch nur acht. Aber auch das Schwimmen. Aber das ist scheiße, Digga. Ach, du. Was ist? Skelett greift mich die ganze Zeit aber auch an. Aber du hast eh ein Schild. Sei froh. Ich sage, das Schild des Überlebenswichtigen so in Minecraft geworden. Also, no joke. Ohne Schild wärst du hier in Minecraft echt aufgeschmissen. Also... Ja, stimmt. Ohne Schild bist du echt... Servus! Bist du. Ah, da. Du hast nicht mal Schild, oder? Noch nicht. Bro. Wo ist er? Unter dir. Oh, bro. Hey. So. Aha. Tschuldig. Hallo. Hör auf, mir mal ein Eisen zu klauen. Ich hab dir keins geklappt. Oder? Nein, nein. Schade. Zum Glück. Bro, das sind halt diese Zombies. Hm? Ach so. Ah. Ah, Bruder. Ich will eigentlich nur Eisen. Ah, noch mehr Eisen. Eisen. Ah, ich bin... Oh mein Gott. Das schneid ich mal ganz schnell raus. Warum? Weil ich grad hab versucht, fucking zu craften. Aber... Ich war grad irgendwie abgelenkt und hab die versucht, auf einem Weg zu craften, der nichts ins Video gehört. Ist überall Eisen einfach. Junge, hä? Ich find grad gar kein Eisen mehr. Grad vor hab ich ultra viel Eisen. Eisen! Oha. Jetzt ist... Jetzt hab ich da viel Eisen gefunden. Ich glaube, es ist... So. Ja, noch mehr? Oha. So. Ich seh dein Name-Tag. Wo bist du lang gegangen? Da. Bisschen so in die Backrooms. Ich baue deine fucking ab. Du bist so ein Sparer. Hab ich hier nicht mehr auf jeden Fall. Ja, ist egal. Du kannst hier abbauen. Ich brauchste... Chill. Chill. Sorry. Brauchste hier grad nicht mehr. So. Also nicht... Also ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich dir so ein Eisen hole wieder. Ich schaffe. Warte. Nein! Das waren alle zwei. Chill. Das waren zwei. Bitte gib mir eins. Was ist? Gib mir ein Eisen. Warum? Weil ich hab dir zwei gejobbt und ich wollte dir nur einen jobben. Warum gibst du mir generell ein Eisen? Ja, weil ich hab es dir geklaut und dann wieder zurückkriegt. Ach so. Es kommen wieder Zombies. Bitte kannst du mich kurz decken. Ich bin nämlich grad hier beschäftigt. Digga. Hm? Wir sind nicht im Team. Doch, sind wir. Zombie kommen hier aus irgendeiner Richtung. Ich mein, ich hätte gesagt, solange wir zu zweit am Server sind, sollten wir vielleicht zusammenhalten. Oh, hier gehst du richtig. Okay, okay, lass zusammenhalten. Also ich hätte gesagt, am Anfang, wenn wir noch zu zweit sind und noch keine andere da sind, hätten wir gesagt, sollten wir mal zusammenhalten. Ich sag mal so, wenn wir jetzt auf den Server spielen, drei, äh, mehr, bis noch einer joint, ähm, sind wir jetzt da im Team. Ja. Aber, aber lass so, äh, lass ja runtergehen. Äh. Ja, brauchst du Fackeln? Achso, ich hab nicht mehr so viele. Ich brauchte Fackeln. Äh, warte, die mach ich aber geil. Die hab ich gerne. Hast du zu viele Kohle? Haben wir Kohle hier irgendwo, haben wir hier irgendwo Kohle? War das genau das, was ich jetzt brauch? So, perfekt. Kohle. Aber ich kann dir so die Hälfte geben, ich kann dir zwei Stück Kohle geben. Ja, brauch ich, ich brauch nur zwei Stück. Oder ein Stück. Dankeschön. So. Crafting Table, kann ich jetzt so machen. Hm. Jetzt dropp dir mal eine Hälfte davon. Danke, jetzt hab ich sie gemacht. Dass es dann vom Braten überbleibt, ähm, ja. Also, ich brauch noch Chestplate und Hose und Tools natürlich. Eis und Tools? Ja. Aber ich hätte gesagt, aufs Schwert verzichten wir, oder? Weil ich mein, die Achse ist die stärkeste Schwert. Aber Schwert kann man besser mit dem umgehen. Hast du ein Eis geklaut, zufälligerweise? Nein, hab ich nicht. Ernsthaft nicht? Nein, 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 nein. Nein, hab ich nicht. Okay. Ich glaub dir mal. Oh, hallo, das ist ein Steak. Chill. Ich brauch nur noch Chestplate. Ich brauch nur noch drei Eis. Jetzt noch zwei. Bitte, gib mir zwei. Die macht grad andere Butterflyge. Bitte. Und ich geb dir dann so eine Leather, Leather Chestplate. Bitte. 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 Nein. Der hat safe Autoclicker oder sowas. Das ist ein Wettbewerb geworden. Ja, mein Gott. Chill ist meins. Full Iron. Und jetzt lass mir Ruhe. Ich hab keins mehr. Ich hab genau 24 geholt. Genau, wieso? Weil ich mir genau diese Rüstung craften wollte. Nein. Ich schwör's, ich schwör, ich habe kein Eisen mehr. Du kannst dir nachher das Video anschauen hier. Ich zeig grad mein Ende. Ich habe kein Eisen mehr. Ich würde es dir eher geben. Aber ich hab keins mehr. Finden wir hier auf die schnelle Welle Eisen. Als ob es hier kein Eisen mehr gibt. Wie viel brauchst du noch? Noch ein. Eisen. Ein Stück. Ein Stück. Scheiße. Hä, du hast mir doch vorher eher ins Gerippt. Aber so, du brauchst das dann. Zeig. Okay. Logisch, logisch. Wo gehst du jetzt hin? Ich geb dir... Ah, ich hab Eisen gefunden. Perfekt. Aber ich werd gerade von vielen Mordkater kippt. Oh, Digger. Drei Zombies. Tschüss. Ähm. Ich hab ein Eisen. Ich hab ein Eisen. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Oh mein Gott, ich werd so verfallen. Ich komm, ich komm. Zu. Sie verfolgen mich. Sie verfolgen mich. Alles gut. Beschütz mich. Ja, ich versuch's. Ich mit meinen PvP-Skills. Hä? Das ist kein... Das ist gar nichts. Och, das liegt in Mops. Ja, Bruder. Ein Zombie halt. Wenn ich dir sage, dass da Mops sind. Was mein ich dann? Dass da Mops sind. Äh, äh, äh. Auf Weltpreis. Sehr, danke, danke. Du musst halt hier so aufpassen beim Critten, dass du nicht auf den Dripstone frailst. Ja. Achso, eh nur vier Zombies, gell? Ja, eh. Ist dir irgendwann fünf? Komm, ich glaub, das ist... Bro, es sind mehr als vorhin. Ist er ein Spawner? Das einzige logische, was ich mir jetzt erklären könnte. Der ist grad von da oben ab runtergefallen. So. Lass es hier so entlang gehen. Hast du zufällig die Werkbank mitgenommen? Ach, hier ist noch mehr. Noch mehr. Hast du zufällig die Werkbank mitgenommen? Äh, ja. Hast du alles mitgenommen? Oder, warte mal. Nein, ich hab nur die zwei Öfen mitgenommen. Ja. Werkbank ist genau das, was man braucht. Weil du sonst nie... Warte mal, ich kann dir... Ich hab jetzt acht Eisen. Ich würde mir gern was machen bei der... bei der... bei der Werkbank. Ja, kommst du zurück? Hast du hier, Werkbank? Nein, komm mir nicht zurück. Ich bleib hier. Ja, Pech. Ich bin warm, dass... Aber... Wo... Was? Wo bist du, Dinger? Wo bist du jetzt hingegangen? Ich versuche... Ich gehe auf die Jagd nach den Diamanten. Oh. Bleib doch kurz bei mir. Aber nachdem die Folge schon so lange geht, hätte ich gesagt, was ist mit dem heutigen Video? Ich hab also gefallen mir alles. Kein Like und Name. Da bin ich ein Freund. Und wir sehen uns bei nichts. Mal schauen rein. Euer Mike.